Norddeutscher Rundfunk 2021 Die Eil ist in der Schule und sammelt die Unterschriftenbögen von ihren Klassengespänden ein. 200 ungefähr. Das wird jetzt mal so ungefähr geschätzt. Alle zusammengezählt sind es noch viel mehr. Es gab 822 Unterschriften. Ich bin selbst gefühlt, weil mein Ziel war eigentlich 500 Jahre. Ich wäre schon mit 600 gewesen, aber natürlich mehr. Es ist recht überwendig, dass 822 Personen uns unterstützen. Ich gehe jetzt zur Ursula Weiss und übergebe die Unterschriften mit dem Postulat. Ursula Weiss ist Gemeinderätin von Stadt Bern. Hallo Jael. Hallo Jael. Hallo Jael. Ciao. Kannst du doch auch die Petitionen abgeben? Ja. Es sind 822 Unterschriften. Das habe ich hier noch drauf geschrieben. Und hier ist mein Postulat. Okay, super. Das nehme ich sehr gerne entgegen. Und ich gebe es dann weiter in den Gemeinderat. Das geht bei uns in den Gemeinderat. Und dann überkommst du, dass ich eine Antwort schreibe. Und vor allem, weil ich selber auch weiss, dass politisches Engagement, Unterschriften sammeln und kämpfen und so, dass das viel Kraft braucht. Und ich habe gedacht, ich gebe dir einfach mal ein paar Schocke-Mandau-Bärchen. Für einfach so ein bisschen Stärkung, Zwischenstärkung. Ich finde es super, dass du das einsprichern kannst. Und dann ganz schön. Danke dir. Die Unterschriften sind jetzt also bei der Gemeinderätin. Die Aya glaubt schon, dass das jetzt etwas bringt. Wenn man Schritt für Schritt und Vorarbeit kommt, dann kommt man vielleicht ins Nährungsluft zum Ganzen. Jetzt muss sie auf die Antwort des Gemeinderats warten. Längweilig wird sie in dieser Zeit nicht. Sie hat nämlich noch ihre erste Karatenprüfung vor sich. Lirim hat heute einen besonderen Einsatz. Es geht um diese Tonne hier. Aus dieser will er nämlich eine Feuertonne mit einem Grillrost machen. Lass dich los. Lass dich los, ja. Und die muss so schweissen. Willst du mal anrufen? Mhm. Weisst du, was ich sage? Hallo, das ist Lirim von der offenen Jugendarbeit Zürich. Wir wollen so innerhalb einer halben Stunde schweissen. Und habt ihr Zeit, um uns zu helfen? Weil wir haben nicht so eine Ahnung. Okay, danke. Tschüss. Also, Dani. Sie haben nicht so viel los und sie haben genug Zeit für uns. Können wir gerade vorbeigehen? Ja. Gut gemacht. Lirim ist sozusagen der Feuertonnen-Chef im Planet Five. Einige Woche gibt es einen Feuertonnenabend, den Lirim organisiert. Die Kinder vom Quartier können sich bei den Feuertonnen treffen und zusammen Zeit verbringen. Auf Feuertonnen schweissen. Weil unser kaputt gegangen ist. Weil die alte Feuertonne kaputt ist, muss jetzt unbedingt eine neue werden. Es ist ein heisser Sommertag. Die Kollegen von Lirim gehen baden. Wir würden den Feuertonnen aus dem machen. Lirim würde eigentlich auch gerne, aber er setzt sich jetzt für die Feuertonnen ein. Ja, Feuertonnen ist einfach, dass wir Spass haben, dass wir grillieren können. Man muss halt einen Tag opfern. Oder das. Dafür kann er hier in der Werkstatt etwas machen, was für ihn ganz neu ist. Metall bearbeiten. Mal etwas Neues ausprobieren. Ja. Jetzt kommt der spannende Stein. Oh. Was siehst du? Es ist eigentlich alles grill. Ja. Aber du siehst mich, oder? Ja. Siehst mich? Jetzt nimmst du das Ding mal in die Hand. Mach die Klappe runter. Ja. Oh. Achtung. Halt, halt, halt. Stopp. Wenn du fertig bist, musst du halt weggehen. Dann bleibst du auch nicht hängen. Ja. Schwierig. Sehr. Man fängt es eher nicht so gut. Weil immer, wenn das grüne Licht kommt, dann ist alles schwarz. Und da ist es mega schwierig zu machen. Das ist doch super. Ja, super. Sie ist eben viel besser als die letzte. Ob das wirklich so ist, sieht Elirim noch am selben Abend. Die Aufkühlung hat er sich jetzt verdient. Was verdienst du? Was? Was? Zurück zu Jael. Heute ist meine erste Karate-Prüfung. Und da geht es um ein Halbgelb. Mir geht es eigentlich recht gut. Ich bin einfach ein bisschen aufgeregt. Das ist meine erste Prüfung. Es ist immer noch die Frage, ob ich arbeite oder nicht. Und ich hoffe es wirklich an, dass ihr an der Prüfung umsetzen könnt, was ihr euch vorgenommen habt. Borsche. Hinares. 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 Bei so einer Prüfung muss jede Bewegung sitzen. Die Aile muss an viele Sachen gleichzeitig denken. Ob man die richtige Stellung schafft, und ob man den Fuss richtig hin tut, ob man wirklich schräg tut, oder ob man richtig, dass man die Hinterhands richtig zieht, dass man, wenn man so macht, dass man nicht irgendeine Kugus macht, dass es gerade ist. So – So – Gap! 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 Duell anmusik. A Judge. Gap! 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 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Komm, komm, komm! Komm, 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 komm! Hey! Okay. Wow, das ist schon. Ich hoffe es. Ich glaube es schon. Ich glaube es schon. Bei Katta habe ich keine Fehler gemacht. Ja. Und bei der Grundschule habe ich vielleicht einen oder zwei gemacht. Ich habe keinen gesehen. Du hast es gut gemacht. In den Abläufen gab es ein paar Fehler. Markante Fehler, die man hinterher nicht sagen konnte, dass es jetzt top war. Es gab zwei, drei Dinge, die sind einfach in die Hose. Ich denke, die, die diese Fehler gemacht haben, wissen es selbst. Gut. Wir haben heute halb gelb gelb bestanden, Sarudi. Und ebenfalls halb gelb bestanden, Yael. Und dann haben wir halb gelb bestanden. Die erste Karatenprüfung hat sie bestanden. Mhm. Arigato. Was ist das? Aber Yael weiss immer noch nicht, was mit ihrem Wäldchen passiert. Kannst du aufhören? Ja. Und dann mache ich eine Sammlung. Bis nach dem anderen. Ich gehe mit dem umziehen. Ja. Ist gut. Lirim ist immer noch mit den Feuertonnen beschäftigt. Diesmal hilft ihm Luis. Das ist mir nicht schau. Wir sehen uns nachher. Also Lirim, bis später. Bis später. Den Rest macht Lirim alleine. Das wichtigste fehlt nämlich noch. Ja. Zwei. Yes. Gut. Ja. Stuhl geworden? Zehn. Mit dieser niggunagunäuen Feuertonne geht Lirim jetzt auf den Röntgenplatz. Ich muss auch jeder Friedrich bin gleich dort. Am halben sieben. Ich muss einfach schauen, dass Leute nicht so Plastik, Müll und so in den Feuertonnen schmeissen. Und dass einfach Material zusammen ist, dass wir alles dabei haben zum Grillieren. Und ja, dass nichts verloren geht, die Kiste oder so. Und das ist eigentlich so mein Job. Jetzt ist die Frage, ob an diesem Abend ein paar Kinder zu den neuen Feuertonnen kommen. Voilà. Die Ael hat ihre erste Karatenprüfung geschafft. Heute kommt jetzt endlich aus, was mit dem Wäldchen passiert. Unterdessen hat sie einen Brief vom Gemeinderat bekommen. Was drin steht, macht sie nicht so glücklich. Also da drin steht, dass sie den Hügel drei Meter verschieben wollen. Wir haben eigentlich vorgeklagt, dass wir das Rammgleis anders legen wollen. Aber es hat einen guten Grund, dass man das nicht kann. Das macht man auch darum, dass man die Strasse verbreitern kann. Der Wald wird abgeholzt und weiter vorne neu angepflanzt. Das heisst, das Wäldchen wird nicht mehr das Gleiche sein. Wir werden also nicht so hohe Bäume sehen. Und man kann es auch nicht so gut verstecken wahrscheinlich. Aber man kann etwas weniger lang schütteln, weil die Bäume mehr Platz brauchen, also weil sie an vorne geschoben werden, so gesehen. Ähm, ja. Es wäre natürlich schon schöner, ein Foto zu behalten, wie er jetzt ist. Aber es gibt ja noch eine Hoffnung. Heute ist der Tag, wo alles entschieden wird. Heute ist der 28. September und zwar die Abstimmung vom Tram. Die EZ wird entscheiden, ob das Tram kommt oder nicht. Du bist genau krass, oder? Müssen wir nicht noch abschimmen? Nein, wir haben es schon lange gemacht. Wir sind ja nie bei euch. Weißt du, um 12 Uhr fertig gewesen. Und die 12 Uhr ist da noch zu. Und dann, wenn die 12 Uhr da noch zu ist, erzählen wir. Darum habe ich jetzt auch das Gefühl, langsam die ersten Resultate da. Ich bin schon nervös. Ich bin schon nervös. Oh, hallo. Sophie kann sich unterstützen. Die Resultate vor der Abstimmung werden jetzt verkündet. Papa, herzlich willkommen. Wenn man das nicht braucht, dann ist das eine Zeit. Im Fernsehen reden sie noch über etwas anderes. Das macht alle noch nervöser. Ich denke, das ist ein Zeug da auf. Weil sie zuerst das sind, das uns nicht interessiert. Und ich komme einfach nicht daraus, was sie tun. Aber eigentlich bin ich schon ein bisschen nervös. Es ist ja schon recht viel Arbeit dahinter. Wie die Erwachsenen sich heute für die neue Tramlinie entscheiden, hat Jael Vergeben gekämpft. Sie ist sich selber gar nicht sicher, was die Leute heute abstimmen. Nicht, dass ich jetzt denke, ich gebe auf und so. Aber es ist fast klar, dass es könnte. Aber trotzdem bin ich natürlich immer noch in Hoffnung. Und das ist ja so, dass die Hoffnung zuletzt stirbt und so. In den nächsten Minuten kommt es aus. Delirim macht auf dem Röntgenplatz die neue Feuertonne parat. Er macht das einmal in der Woche. Und hofft natürlich immer, dass viele Kinder kommen und sich bei der Feuertonne treffen. Also jeden Freitag auf dem Röntgenplatz gerade bei Coop. Und vom 7. bis am 10. kommen sie. Solange er noch keinen Jugendraum gefunden hat, ist die Feuertonne auf dem Röntgenplatz der Treffpunkt. Also so erst zahlt es uns nicht. Man kann sich auch nicht treffen und man kann Spass haben. Aber im Winter, wenn es ganz schneit, ist schon ein Jugendraum besser als Feuertonne. Ja, ist gut. Luis nimmt gerade als erstes die neue Feuertonne unter die Lupe. Ja, gefällt mir sehr. Irgendwann müsste man einfach noch unten etwas machen. Das sieht super aus. Es trudeln immer mehr Leute auf dem Röntgenplatz ein. Also meistens erwarte ich, dass etwa 5 bis 10 Leute an die Feuertonne am Freitag kommen. Ja, es ist unterschiedlich. Man weiss eigentlich nie, wer kommt. Ein paar kenne ich. Ein paar kommen einfach von der Strasse und stehen an die Feuertonne. Er ist zufrieden, wie es bis jetzt läuft. Nein, gut. 5 Leute. So, wie ich gedacht habe. Das ist gut. Musik Musik Sein Einsatz für Angeri hat sich wieder einmal gelohnt. Die neue Feuertonne bewährt sich. Ja, es war cool. Es kamen viele Leute, das sehen wir hier. Wir haben Spass und jetzt spielen wir Verstecknis. Mit etwa sieben Leuten. Es ist einfach toll für alle hier. Es macht Spass. So. 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 Erst das Verstecknis vorbereiten. Es ist ein schöner Abend. Sech. So. 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 48, 49, 50 ... Ich komme! Du kannst mir einen Tipp geben. Willkommen zu diesem Abstellungsrundag hier im Studio in Bern. Ob sich auch der Einsatz von Yael gelohnt hat, das erfahrt sie jetzt. Er wird für Fede Bern jetzt im Abstellungsergebnis bekannt. Soweit die nationalen Wahlresultate, kommt Markus Gilly und um uns das Bein gibt es ein deutliches Leid. Er wurde gegen die Tram abgestimmt, sodass die Tram nicht gebaunt werden. Und dieser Walddach erhalten wurde. Prost! 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 So zieht ihr immer noch ein bisschen. Darauf tue ich auch. Für diesen Wald hier, für mich und alle anderen Kinder ist es jetzt einfach so ein Happy End. Aber so für Herr Cookiesberg oder für Ursula Weiss ist das sicher ein schlechtes Ergebnis. Hey, Kollegen! Ich bin auch recht erleichtert. Und ich freue mich auch extrem auch für die Yael, dass sich die ganze Arbeit gelohnt hat. Ich habe auch nie Angst, dass ich so etwas überhaupt würde arbeiten. Aber ich finde auch, ich wäre wahrscheinlich nie so weit gekommen, wenn meine Kolleginnen und Kollegen nicht unterstützt, meine Familie nicht unterstützt und so. Ich bin recht studiert.